Jut, das heißt jetzt erstmal hier Endspurt machen zum Rüstungsbasteln und GroKaG, deswegen gehe ich mal wieder hier runter zum Anvil, gucken mal ob ich noch irgendwas am Schmelzen gerade hatte, im Ofen, nee, und jetzt gucken wir mal nach was wir noch basteln können, jedem hier Waffen natürlich, Rüstungen für das Frogknocker, und äh, ich kann sogar Ironblöcke herstellen, wenn ich das möchte, aber die brauchen wir eh nicht, oh ich kann meinen Huntingbow herstellen, ja, great, Kraft, so jetzt bist du dran, du kriegst, okay, 100 hat es mir abgezogen Pixel, ja dann ist es random, oder je höher, oder es ist doch prozentual, kann auch sein, äh, ich kann dir, ich mach dir erstmal die Rüstung, weil die gibt ja am meisten Schutz, nämlich 3-1-1, und dann brauche ich schon wieder Kupfer, mhm, ich hab Kupfer gefunden, ja dann pack es hier rein, Iron Ore, komm es mal vor hier, rein hier, los, hopp, 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 warst du doch gerade da, hab dich doch gesehen, wenn ich schon was bastle, musst du es ja auch annehmen, nur, wo ist es hin, ach da oben, ach, da jetzt hier, wieder dieses typische Ding, Moment, da, zieh es dir an, damit du nicht so nackig aussiehst, und dann, äh, anziehen wirst du es wohl noch hinbekommen, das ist wahrscheinlich oben in einer 1-10 Leiste, wieder im Übrigen, ja, ich hab es schon gefunden, okay, Kupfer kannst du mir auch in den Kopf werfen, wenn du magst, Kupfer und Eisen, oder sonst irgendwas, Kupfer, chest piece, willst du die Ohre haben, oder solltest du mal stehen, nö, nö, kannst schon, kannst du mir einfach zuwerfen, ich kümmere mich dann drum, ist kein Problem, okay, das ist Eisen, mhm, hab nur eins gefunden, aber, hier, da hab ich, 1,60, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, hast du da, sehr, soll ich das Leder auch gleich geben, oder solltest du das mal behalten, das kannst du auch erstmal behalten, du magst, okay, so, ist ja mein, hat der abgeräte Bogen, ist ja fertig, Iron Hunting Bow, jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding macht, so, während das Kupferzeug hier noch schmilzt, warte ich noch ein bisschen, damit du dann deine, hast du es eigentlich schon an, nee, du hast es nicht an, du bist immer noch grün, im oberen Bereich, ich hab, ich hab Social, du kannst es ändern, solltest du ändern, weil sonst gibt es keinen, genau, sonst gibt es keine Rüstung, da hast du einmal hier anziehen, und dann daneben mit dem Auge, kannst du hier, ja, das ist mir durchaus klar, aber es funktioniert dann nicht, wenn es Social ist, guck auf deine Rüstung, ist genau das gleiche, wie bei Terraria, glaubst mir, wenn ich sage, ich ziehe jetzt hier die Koperdings an, habe ich Rüstungsschutz 3, ja, nimmst es ab, hast du Rüstungsschutz, nur gar nichts, sonst lege ich, lege ich mein grünes, und mein anderes auf den, auf den Augenslot, habe ich immer noch 3, dann hast du, einen Rassenvorteil wahrscheinlich, oder so, also mir, ich hab's gerade getestet, das ist, ah, okay, ne, bei mir hat es 2 Slots, einmal die normalen Slots, und danach die Social Slots, und wenn ich da dann, irgendwas reinlege, nochmal kurz gucken, gucken, guck, da hab ich 2, richtig, ne, also musst du es mir schon glauben, wenn ich so was sage, ne, ne, ich kriege die vollen 3, ähm, Rüstungsschutz, auch wenn ich mir mein grünes Hemdchen drüberlege, auf die, auf den Social Slot, hab ich meinen, äh, Stats, Rüstung 3, von der Copperplate, niemals, also wirklich, ich zeig's hier gerade im Video sogar, ohne Probleme, 4, nimmst es raus, 3, packst es auf den Social Slot, 3, also, komm mal runter, ich hab die anderen 2 Sachen auch noch gebastelt, wieso 4? Weil ich jetzt was anderes anhabe, ach so, okay, was im Übrigen unheimlich hässlich aussieht, ich könnte natürlich was anderes noch drüber bauen, pass auf, junger Mann, außerdem fehlt hier ein Stückchen Plattform, das hast du wieder abgebaut wahrscheinlich, jaja, das mach ich gleich wieder hin, einmal hier die Höschen, hier die Brille, mhm, so cool, ah, Brille hat sich automatisch angezogen, ja, das was du noch nicht belegt hast, und jetzt, jetzt leg mal bitte alles an, nicht auf einen Social Slot, sondern auf alles anlegen, so hab ich, dann sagst du mir jetzt was du hast, das müsstest du 3 eigentlich dann haben, wenn du das alles an hast, du hast noch nicht alles an, du hast aber noch nicht alles an, oh, hab alles an, nein, du hast deine Brust, genau, jetzt hast du alles an, und jetzt, ja, und jetzt leg ich es auf den Social Slot drüber, mein grünes Hemdchen, okay, jetzt hätte ich 3, ja, das Hemd hat auch Rüstung, guck drauf, natürlich, ja, pass auf, du legst jetzt einen grünen Crab mal bitte ab, ich hab ihn abgelegt, Mike, so, wenn du ganz nackig bist, also richtig nackig, ganz, ganz nackig, wenn du so aussiehst wie ich, leg mal alles ab erst, dann kann es wirklich, und, was hast du, hab ich, minus, also, Striche drin, ja, genau, jetzt nimmst du die Brille, und setzt die Brille mal, auf das Auge, oben drauf, und du kriegst echt eins, ja, ganz unten beim Schild kriegst du eins, mit Social, nicht im Social, im normalen Slot, das heißt, im Social Tattoo, hab ich gesagt, aufs Auge, ach so, im Social, okay, was hast du jetzt, da bin ich kein Mix, richtig, und das meinte ich die ganze Zeit, im Social kriegst, ich hab, ja, ich hab ja, Mike, ich hab nur von meinem grünen Hemd gesprochen, und das hab ich, das hab ich gerade eben gesagt, das grüne Hemd ist klar, dass es die Punkte gibt, weil das grüne Hemd natürlich auch Schutzpunkte hat, hab ich dazwischen gesagt, das hast du mir auch nicht gehört, ich hab, nee, ich hab nur gesagt, ich leg's auf den Social Slot, natürlich hab ich drunter, auf dem normalen Slot, hab ich die röte Kupferrüstung, äh, missverste, sieht man wieder, Missverständnisse pur, ja, das hab ich die ganze Zeit schon gesagt, natürlich, dann hab ich dich auch missverstanden, yay, mir ist schon ganz klar, dass natürlich die, auf dem normalen Slot, dass da die, äh, die stärkste Sache rein muss, dann kann ich natürlich optisch gesehen, was ich, worauf ich Bock hab, drüberlegen. Japp, japp. Ich bräuchte nochmal Kupfer, glaub ich. Weil das sieht irgendwie komisch aus. Äh, das verbraucht halt schon recht viel. Ähm, achso, ich hatte einen Bogen, den neuen, den wollte ich mal testen. Oh, der sieht aber deutlich besser aus, tatsächlich. Der schießt auch ein bisschen weiter. Mhm. Aber die, ähm, Rüstungsstats von den drei verschiedenen Komponenten, die addieren sich nicht, oder? Das, ne, addieren nicht. Mhm. Jeder hat einzelne, ja doch, addieren schon, klar, natürlich, oder? Aber das hat, in Stats wird es nur mit 3 angezeigt, obwohl ich alle 3 Teile anbiete. 5, 3, 1, das wird wohl irgendwie berechnet, im Schnitt oder so, wenn man mal durchrechnet, kann das passen, aber 1, 3, 5, gibt 8 und ich hab 4, die Hälfte. Aber es kommt darauf an, wo die Viecher dich treffen, wie es aussieht. Scheint so, als hättest du Trefferzonen, also wenn ich mit einem Bogen zum Beispiel auf den Kopf ziele, oder treffe irgendwie, mache ich mehr Schaden bei den Viechern. Okay. Wenn sie was haben. Boah, jetzt muss ich den, wäre ich ja irgendwie. 100? Der macht 100? Ein Bogen macht 100 Schaden, was? Der ist wie OP, oder? Ein bisschen. Ja, der macht wirklich One-Shot. Hab ich dir in Foren auch gesagt, dass der ziemlich OP sein soll. Der ist nicht nur OP, der macht alles mit einem Schuss gerade platt. Der macht 100 Schaden. Ich geh mal jagen. Ja. Kommt her, ihr Schweinchen. Rache der Enterbten. Rache des Vogels. Bam, tot. Bam, tot. Hey, Leder. Hey, Fleisch. So, ich besorge uns jetzt die nächstbeste Rüstung. Ich bin RoboCop. RoboBird. Gekommen, um euch zu holen. I will be bug. I will be knackenbuck. Der wird auf jeden Fall noch genervt. Das ist ja der, das ist ja der Ober. Ey, der Erste macht so gut wie gar nichts. Im, im Powershot-Mode, den du hinkriegen kannst, macht der vielleicht 24, wenn du Glück hast. Ja. Und der kittet, der kittet nicht mal, macht 100. Der wird definitiv genervt. Nein, der darf nicht genervt werden, der ist toll. Nein. Nicht nerven. So. Nerven mit nerven. Tschüss. Nerf mich nicht. Ja, genau, nerf mich nicht. Nerf ihr dann, nerf ihr dann zum Städtler hinein. Hüpf. Ne, hüpf. Ich bin so ein hübscher Birdie. Kamedo. Schildkröte, tot. Nächstes, tot. Das Ding, auch tot. Das Ding, auch tot. Ja. Noch mehr Leder. Uh, drei Gegner. Hervorragend. Vier Gegner. Fünf Gegner. Alle mehr. Alle mehr. Kommt her. Mein Bogen hat Hunger an. Ja. Da liegt schon wieder Leder. Oh, der macht mal 55, wenn ich nicht ganz durchziehe. Okay, alles klar. Hab ihn. Zack. Noch mehr Leder. Jawohl. Ich bin auf dem Ledertrip. Da unten knurrt wieder was. Ah, die Kühe. Die Kühe, die Kühe der in Erden. Bam, tot. So machst du natürlich dann gleich mehr Spaß. Ja, wenn ich nicht ganz durchziehe, macht er halt weniger, aber ansonsten ist gut. Der macht halt durchgezogen, macht halt 100. Natürlich nice. Geht mir jetzt schon wieder? Ach, wo den Planks? Okay, ein bisschen höher. Gut, gut, gut. Nicht bewegen. Zack, weg. Und wieder ein Leder. Sehr schön. Kann auch sein, dass er jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr Dropchance hat durch den Bogen. Aber das ist jetzt natürlich eine reine Vermutung. 10 Omnomnom haben wir mittlerweile sogar schon dadurch bekommen. Und Leder habe ich, ist auch auf der anderen Seite, 8. Das ist eine rare, ein Rarbogen. zu der Kuh. Viele Kühe machen. Das ist wieder weg. Das war eine Kuh. Ich werde mich an allem rächen, was geht. Der braucht schon noch irgendwelche anderen Klamotten, wenn man sowas hat. Wasser macht mich träge und langsam. Ich brauche mehr Viecher. das sind ganz viele Viecher. Viele Viecher. Viele, viele Viecher. Ich muss schon mal kurz eine Bandage futtern. So. Aber nicht mit mir, mein Freund. So. Oh, da kommt eine Fliege. Kommt eine Fliege. Fällt. Oh, auch an Leder fallen lassen. Sehr schön. Und noch mehr Leder. Ich bin Meister Leder. Meister Leder. Meister Leder und der Pumuckl. E-Pumuck. Allerdings lassen Sie dadurch noch keine Pixel fallen, aber das ist jetzt erstmal hinfällig. Wortwitz. Leder. Wo habe ich denn? Nix. Aber wir brauchen ja echt wirklich Leder. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal mal hier rumholzen. Noch mehr Leder. Sehr schön. Boah, nicht getroffen. Hör auf zu springen, du Drecksviech. Können wir mal heilen. Und weiter geht's. Weiter geht die Jagd. Bist du immer noch auf deiner Rache-Feldzug? Ja klar, ich mach ja gerade den Theme-Song von Terminator 2. Aha, okay, ja, jetzt wo du es sagst. Den du hoffentlich gesehen hast, sonst muss ich dich leider lynchen. Ja, natürlich habe ich den gesehen. Ai, wie, wie, Buck. Der ging ja auch noch. Ja, der Verte war scheiße. Hm, dezent. Also, da war ich im Kino, ich so, oh, cool, Terminator. Und ich so, oh, Warte mal, war das nicht der mit, äh, mit der Tursnel da? Mit der Terminatorin? Den fand ich auch nicht so toll. Ich fand den mit der, mit der, ah, sag schon, wo er gedingst wurde. Ge, 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 ge. Ne, das war andersrum, glaube ich sogar. Der Dritte war der mit der Tursnel da. Achso. Und der Vierte war der, der das besser war. Wo es, wo es, da haben sie ihn animiert und so. Der war eigentlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich wusste, dass es den Vierten gibt, nur den Dritten, von der Letzten, wo ich ins Kino bin, ich so, wow, cool und, ne, der war wirklich nicht so toll, aber den Vierten kannst du tatsächlich mal auf DVD oder so angucken, irgendwann mal. Der ist gar nicht schlecht. Okay. Also, sie müssen auch den Fallschaden irgendwie minimiert haben, der ist deutlich besser mittlerweile. Okay. Oder es liegt in der Rüstung. Wo es gar nicht Fallschaden gibt. Ich habe wieder Kupfer gefunden. Praktisch. Ja, das ist wichtig. Aber eigentlich brauche ich Eisen. Höchste Eisenbahn. Aha. Aha. So, jetzt mal doch mal gucken hier, ob ich doch mal einen, Knorker, Hooray, Sorcher 2 schon wieder. Alle Freunde mal kurz nachgucken. Knall, der spielt immer noch Skyrim. Na gut. Dann machen wir halt weiter. Ja. Aber keine Lust, der ja. Ich habe dich gefragt. Le Dank. Le Dank. Du bist mal, ich habe mal gefragt. Ich dachte, du hast mal, ups, ey, Licht ist aus. Jetzt musst du deinen Satz noch zu Ende bringen, weil ich kein Wort verstanden habe. Müssten eigentlich, ich dachte, du hättest ihn gefragt, den Le Dank. Den Le Dank? Knadel. Achso, wie kommst du auf Le Dank? Knadel rückwärts. Wird's französisch. Oh, Knorker. Nur wieder Fleisch, Fleisch, Fleisch. Oh, man. Einmal habe ich das Gefühl, dass bei fliegenden Gegnern eher Leder droppt, als bei den bodengestützten Gegnern. Würde zwar nicht unbedingt Sinn machen, aber kann durchaus sein. Nö, Sinn macht's. Ups. Da ist, ich sehe keinen, na, bleib, spring nicht, du scheiß Viech. Ich sehe keinen Sinn darin. Und da drüber auch nicht und drunter auch nicht. So, jetzt. Die elfische Sprache Sinn darin, ich sehe keinen Sinn darin. Yay. Lederweise Niedrigpreise. Litterweise Niedrigpreise. Elmerweise Niedrigpreise war das nur ursprünglich, aber habe ich zu allem möglichen rum. Einfach nicht springen, du scheiß Kuh. Warum können Kühe überhaupt springen? Das sind ja keine Kühe, das sind irgendwie Mischdinge. Da ist noch Kupfer. Ich will ja kein Kupfer. Oh, nochmal Leder. Cool. I don't want Leder. I don't want Dings. Ich will Eisen, Leute. Kupfer ist zwar ganz toll für die Grundherstellung von irgendwas. Ich nehme es ja mit. Oh, es regnet. Genau. Es tröpfelt schon. Hm. Klopp, 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 klopp. So, jetzt aber weiter. Ich will jagen. Ich brauche mehr Leder. Da hinten war irgendwas. Da, zack. Eisen. Auf der Suche nach Eisen bist du richtig. Mhm. Kupfer brauchen wir wohl keins mehr so viel. Kupfer. Du bist auch so Kupfer. Oh, 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 oh. Hab dich. Ha, Leder. Hab's weggeledert. Aber man friert wirklich nicht mehr so schnell mit der Rüstung. Mit der geht's langsam mal. Mit dem Lederzeug frierst du. Wenn sie es nicht genervt haben sollten, gar nicht. Da kannst du durch die Gegend wandern. Das ist total egal. Mhm, okay. Siehst du auch lustig aus. Also ich würde die andere Rüstung noch nicht wegtun. Mhm. Ich will auch meine Hose wieder. Das Kupfer ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann kann ich mir das Vanity Lederhöschen wiederherstellen. Haha, in den Arsch geschossen. Blöde Viecher hier unten. Na, hier auch. Jetzt hab ich leider kurz getroffelt. Wie Wier. Ja, genau. Ich hab ja gesagt, die einen hören sich wie Kühl, die anderen wie wie ein Stier, der Wirt. Ja, manche Viecher halten mehr aus. Definitiv. Mhm. Nämlich die Nacht, die Level 4 kriegen zum Beispiel keine 100 Schaden. Also so immer ist das Ding gar nicht. Die kriegen nur 75 maximal und dann leben sie auch noch. Mhm. Das heißt, das heißt nämlich tatsächlich, dass das am Level abhängig ist, was die an Schaden kriegen. Mhm. Also ich teste nochmal. Ich hab mich heute schon gewundert, warum die nicht gleich mit einem Dropdown sind. Die kriegen aber, Jetzt. 63. Jetzt kommt's an. Und jetzt ist sie tot. Und deswegen sind sie natürlich immer noch gefährlich. Mhm. Weil sie mich dann eventuell niederringen könnten. Mhm. Aber meistens kommen sie gar nicht an mich ran, wenn sie weit genug weg sind. Leder. Oh, mir wird kalt. Das heißt, ich porte mich jetzt mal kurz zurück. Schwupp, einmal nach oben. In das Schiffchen. Schwupp, nach unten. Und dann links gegangen. Da, 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 da. Uh, das nochmal zum Erschießen. Hervorragend. Ja, aber ich hoffe, dass wir bald irgendwas zum Navigieren bekommen hier. Also halt Gravelhooks oder Flügel. Zum Navigieren? Ach, du meinst zum Ja, zum besser manövrieren. Nulls. Plupp. Ja, das nachts sind die Level 4 unterwegs. Merk ich schon. Mhm. Level 4 mag ich hier. Geben mir Frisches Bier. Frisches Bier, genau. Das ist gut. Apro frisches Bier. Mach nochmal ein Päuschen. Mach nochmal ein Päuschen.